Keiner hat überlebt. Und am Schluss freut sich wieder mal der Dritte. Aha. Da ist nichts mehr. Der Mönch hatte sowieso nichts dabei. Nochmals danke für eure Hilfe. Und rauf hier. Nein, da gehe ich lieber nicht runter. Ich glaube schon, dass der was verloren hat. Nur durch den Clipping-Fehler kommen wir da wohl nicht dran. Aha. Ach doch, da. Von dem habe ich das schon eingesammelt. Vier kleine und zwei große Medipacks. Was will man mehr? Da hinten ist nämlich noch ein Hebel, den werden wir jetzt nämlich mal benutzen. Benutze Lara mit Hebel. So, was wir hier bekommen haben, ist ein Edelstein. Und jetzt können wir hier hochklettern. Handlungstaste? No. Vielleicht die? No. Ah! Ich dachte immer, die wählt selbstständig aus, was sie braucht. Es hat sich ein Stück verschoben. Aber noch nicht weit genug. Das heißt, wir müssen hier... Oder ist es weit genug? Sonst ist nichts mehr. Ich versuche es einfach mal. Doch, das war genug. So muss man rübersteigen. Nicht vergessen, wenn ihr selber mal spielt. Und da waren es... Zwei Gebetsrollen. Hier sind wir wohl fertig. Tu mir nichts, dann tue ich dir auch nichts. Hier waren wir fertig. Dann gehen wir jetzt runter. Ein guter Zeitpunkt, um mal wieder ein Sicherheits-Safe-State zu machen. Und wie man sieht, wird der Mönch den Kratzen, die Dinger hier überhaupt nicht. Hier ist die merkwürdige Statue. Leiter. Wir müssen in die Mitte, ich weiß. Ich schaue dann gleich mal, wie wir jetzt in der Zeit liegen. Ich denke, man kann so... Zwei bis drei Minuten drauf addieren. Oh. Halbe Stunde. Wir sind doch schon ganz gut in der Zeit. Aha. Aha. Oho. Oho. Statue. Oh Gott. Ob das den Mönchen so gefällt, wenn wir hier klettern? Jetzt sind wir auf der anderen Hand und schaffen es gerade so hier hoch. Das scheint mir ein Edelsteinloch zu sein. Das hat mich jetzt etwas Energie gekostet, aber so ist es halt. Das scheint mir die Gebetshalle zu sein. Wie viele müssen wir denn einsammeln? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, wenn ich mir jetzt nicht verzählt habe, fünf Stück. Und hier werden wir auch ein Secret kriegen. Und zwar das Secret Nummer eins. Aha. Den goldenen Drachen wird auch langsam Zeit nach einer halben Stunde. So, rechts vor der Statue ist hier noch ein Gang. Ah ja, ich bin etwas nebendran gelaufen. Ich möchte immer die Geräusche hören, die die machen. Eins, zwei, drei, vier, fünf Stück. Ein Swimmingpool. Beeindruckend. Da ist eine Nische. Da holen wir nochmal kurz Luft. Wollen wir schließlich 100% kriegen. Wollen wir schließlich 100% kriegen.